Wir wollen, dass alle gesund bleiben. Deswegen haben wir unsere Niederlassungen entsprechend ausgerüstet und unsere Mitarbeiter sind mit allen Hygiene- und Abstandsregeln vertraut. Alle Bewerber füllen einen detaillierten Selbstcheck aus. Selbstverständlich sprechen wir mit unseren Bewerbern auch weiterhin online. Unsere internen Mitarbeiter werden laufend über aktuelle Sicherheitsmaßnahmen informiert und passen die Gefährdungsbeurteilungen für jeden Unternehmenseinsatz an. Anschließend werden unsere Mitarbeiter im Kundeneinsatz online, per App oder persönlich über aktuelle Sicherheitsmaßnahmen unterrichtet. Übrigens, wer einen Einsatzort wechselt, führt immer einen Selbstcheck durch. Das gilt auch für diejenigen, die aus der Kurzarbeit zurückkehren. Grundsätzlich achten wir auf das Wohl aller Mitarbeiter. Deshalb stehen wir in ständigem Austausch mit Ihnen und unseren Kunden. Außerdem achten wir auf viele sicherheitsrelevante Feinheiten. Bleiben Sie gesund!